Welcome to Dying! Der, der, bitte der, der Kommentator, der. Ich schwebe nach oben und kämpfe mit Frauen und dann gibt's viel blaue Haut, der die muss hauen. Und dann ist das Skeletchen und so, du lassest halt zerfallen und geht ins Grab, um Skat zu spielen mit Meister Propper. Ja, ich habe gerade einen Kommentar von... Autsch! Von Mönstermörder, man! Nein, von... Ich spreche den Namen, glaub ich, schon wieder falsch aus, es tut mir leid. Äh, 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 bitte, nicht, ah! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Skelett geht runter ins Loch! Oh! Ähm, äh, Kaupskarakter geht runter ins Loch! Noch weiter! Oh Gott, hier bin ich so oft gestorben, das erste Mal, wo ich... Ah, ja langgelaufen bin! Ah! Kopf drin, Kopf drin, Kopf drin! Ah, was, ich habe gerade einen Pfeil mit meinen Beinen abgewehrt? Aha, das kann auch nicht jeder! Und ich erst... Was, wie hat mich das getroffen? Wie hat mich das hier nicht getroffen? Egal, ausgleich die Gerechtigkeit! Aha! So, und jetzt geht's weiter! Ähm, das hat nichts gesehen! Ich meine, ihr... Ich habe nichts gesehen! Ha, 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 ha! Uh, das war knapp! Ja, ihr werdet mich wahrscheinlich noch... Sehr oft in diesem Raum sterben sehen, weil ich diesen knuffigen kleinen Mäuschen ausweichen muss haben! Brauch, brauch... Brauchfreies! Ja, natürlich! Brauchfreies! Oh, ein... Bauchfreies... Shirt oder was? An... Nam, 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 nam! Pädophilius! Ich wachse! Er wächst und... Er wächst und... Er wächst aus dem Nichts! Eine Ware aus! Der Fleisch wächst! Au! Was hat mich da getroffen? Egal! So, und ich schaue mal um... Und dann gebe ich mir ab! So, ich schaue mal um... So, ich schieße die Blumen, die nicht drin sind! Weil wir sie nicht gegossen haben! Und... Au! Das war ein Pfeil in den Bauch! Nein! Ja, der Bauch wächst! Au! War eher untenrum! Ähm... Ähm... Was machen wir mal das hier? Vielleicht hilft uns das, ja? Zu überleben! Haha! Was? Schon vorbei? Das ist aber blöd! So... Jetzt müssen wir ein bisschen vorsicht... Weil... Lassen... Unk! Oh... Nochmal! 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 Nicht die Mama! Nicht die Mama! Nochmal! Haha! So... Nochmal! Äh, ich meine... Das wollte ich jetzt gerade nicht gesagt haben! Aber ich will einfach mal in den nächsten Raum... Zack! Komm! So... Gott sei Dank! Oh, wenn ich sterbe, komme ich wieder hier hin! Das fliegt gut! Und? Das ist der grüne Gremlin! Äh, hast du nach Mitternacht noch was gefuttert? Äh! Oder bist du nass geworden? Was war nochmal passiert? Äh! Ihr habt nichts gesehen! Das schneide ich so von mir aus! So! Zack! Eiii! Zack! Oh, ich hasse dieses Level! Bis hierhin hatte ich mal gespielt, rückte ich weiter! Und ich kenne zwar noch... ...den Boss! Wie hab ich das nicht getroffen? Ich kann gerade so ziemlich richtig, glaube ich! Oh, mehr Zeug! Mehr Zeug! Mehr Zeug! Nein! Zack! Puh! Fleisch? Oder Kuchen? Kuchen ist auch gut! Ich mag zwar nicht so viel Kuchen, also MHL meine ich, aber... Wenn's Energie wieder gibt, fress ich auch Kuchen aus der Welt rein! Oh! Und... Zack! Was? Der hat nen Afterburner oder sowas! Warum? Wird's immer nach oben, Männer schießen? Nein! Verdammt! Ich wollte das Zeug nicht nehmen! Und... Aus... Oh Gott! Oh Gott! Hallo Miniboss! It's Miniboss! Ui! It's falling as Playdoors! Hallo Playdoor! Hallo! Herzog Ickenshorn ist unter mir! Warum sagst du mir nicht, dass du auch von Sachen gefunden hast? Hier ist Fyre! Verdammt! Ich kann diesem Ding nicht ausweichen! Ich schaffe es aber nicht! Bin zu schlecht! Aber er ist tot, Jim! Haha! Oh Gott! Es ist eine... Flügel... Bilder! Bilder! Ausweichen! Danke! Aha! Ich hab mir die Flügel gestürzt! Ich hab' 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 mich... Wo die Flügel gestürzt! Wo die Flügel gestürzt! Ah! Oh! Zack! Zack! So was haben wir hier? Geht's da oben weiter oder hier? Nein! Da geht's weiter! Meerfutter! Hui! Ich hätte mir eigentlich den Kopf weg rasieren müssen und mir eigentlich die Rokersien gesorgt! Reinbrennen müssen in den Kopf, aber egal! Die Aris sind zu kurz, um lang zu sein! Und weiter geht's da oben! Oh! 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 Auf das Rad, bitte! Oh! Das Schlimme ist, ich habe... ...erfahren... ...eben aus praktischer Relevanz heraus... ...dass diese komischen... ...Stacheln an den Dingern hier dran... ...Instant Death verursachen! Hehehehe! Hehehehe! Hallo, Schnuckelchen! Ich hab' dich doch heute auf den Kaffee eingeladen! Du magst mich noch mal der Käse zu? Also komm her! Hier gibt's Käse! Besser! Bitte nicht schon wieder Lex! Ich hatte eben in deiner Aufnahme noch genug Lex! So, ich steppe hoch! Und wer sich an den Vorgänger erinnert, weiß, dass wir hier gegen die Messer zu ziehen! Au! Au! Ich will nicht sterben! Ich will es nicht! Boah! Doch, ich verfehlt, Idiot! Viel zu wenig Raum, um gegen so'n Gegner zu kämpfen, was nicht so geil ist! Oh! Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht der Boss! Nein, der kommt nicht der Boss! Der kommt später! Beim letzten Mal sind wir aus der anderen Richtung gekommen! Ähm... Kann ich dich hier zu schürzen? Hahahaha! Bist du blöd! Hahaha! Okay, jetzt haben wir ja fast wieder... Volle Wesen von der Anruhe! Also, ganz weiter gehen durch diese Tür! An der wir nicht angekauft haben! Mann, das sieht geil aus dem Mittlergrund! Ich will auch so wilde Schwänze haben! Nein! Ich will auch so wilde Schwänze haben! Nein! Ja, ja! Wir haben noch ein wenig zu tun! Ein Tor zu schießen! Ein Tor zu schießen! Ein Tor zu schießen! Ein Tor zu schießen! Das? Hm... Hm... Ich glaube, ich will nicht sprechen. Und... Und... Ich glaube, du wirst die Zeit zu verdienen? Ich verstehe, nicht wahr? Ich glaube, dass du ein Tor zu schießen möchtest! Ich glaube, dass du ein Tor zu schießen möchtest! Ein Tor zu schießen möchtest! Richtig! So, ich... So, in vom ersten Mal! Ein bisschen! Oh, verdammt! Ich habe diese Attacke gar nicht gesehen! Trifft das die auch mal! Das wäre sehr, sehr schön! Oah! Also, das Ausweichen ist ja... Im Grunde nicht so das Problem! Oder das Treffen! Ähm... So, triff das mal! Bitte, triff sie! Ähm... Triffen! Danke! Oh! Habe ich sie getroffen? Ich habe... Gerade keine Ahnung, wie man... Ich dieser Attacke hier begegnen soll! Deswegen habe ich diesen Gegner auch noch nicht besiegt! Äh, zack! So! So! Ausweichen! Ah! Ich muss sie... Unter allen Umständen, so gut wie es geht, hier schon... ...möglichst stark treffen! Bevor... ... sie ihre weitergehende Attacke macht! So! Noch sie das ja... Was war das? Töten! Bitte! Ja! Bitte! Nein! Nein! Ah! Das ist schlecht! Das ist echt schlecht! Ah! Zack! 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 Ähm... Ausweichen! So! Immer schön in den Nahkampf zwingen, die Dame hier! Bevor sie... Ah! Was war das? So! Nochmal den Böller hier! Ah! Nein! So! Nochmal den... Verdammt! Der macht's so hoch! So! Bevor sie ihre... ...Superattacke macht! Bitte schwebe! Bitte schwebe! Bitte schwebe! Oh Gott! Die habe ich tatsächlich vorher noch nicht besiegt! So! Wie soll ich das machen? Warte! Ich habe noch nicht gewonnen! Muss man die kennen? Genau! Ich habe noch nicht gewonnen! 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 Das Gericht aufgarten individually! Und jetzt DS ja auch gariert! ICH! Ich habe noch nie! Das Gericht aufgarten! Sie waren nur die Leicht am Start! Ich will nur noch ein paar Menschen, die ich wünsche. Sie sind sehr im Lieblings-Potak. Herr Saku, dass Sie mit Ihnen und Ärzten noch ein paar Dinge tun. Ich brauche Sie, dass Sie hier nur noch einmal von Ihnen leiden haben. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Sie können auch Sie? Sie müssen auch noch nicht gucken. Ja, 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 ja ja, ja, ja! ja mehr frauen mehr frauen auch wenn ihr ein bisschen jung ist aber was soll es in diesem spiel gibt es keine polizisten männer doch wie gut wird flamse sein und was wird uns noch erwarten erfahren wir uns in der nächsten folge von let's play koma zu den letzten drei spezialwaffen hier mitnehmen also die die und die ja tschö